willkommen bei hertha geek freunde willkommen bei den mittwoch news themen heute trainerfrage mit haken noch ja also das ist das so nicht richtig da fehlt der haken will ich mal sagen und lizenz wird heute ein krasses thema noch mal werden und spielergerüchte zum schluss da wisst da was hier abgeht ein bisschen undankbar dieses datum heute vor allem früh zu drehen weil heute nachmittag 5 zu 30 sollte sich ja bei der dfl entscheiden ob hertha lizenz erhalten wird oder nicht beziehungsweise den aufschub zum 19 bekommen wird da gehe ich gleich darauf ein das ist super spannend da sind wirklich noch dinge die geklärt werden müssen die noch zu tage gekommen sind die haben mich sehr verwundert also bitte bleibt dran und dann werdet ihr vielleicht auch staunen ja weil noch ist nicht sicher ich sag's mal so sicher ist dass bielefeld in die dritte liga das ist sehr traurig aber das kommt halt so wenn man die ganze saison verpennt und desaströs kickt wir können da auch ein lied von singen und der hsv hat es auch nicht geschafft ja war ja bei beiden mannschaften abzusehen weil wehen wie spaden und auch stuttgart gut performt haben im ersten spiel bei stuttgart weiß ja sowieso keiner warum die so da unten rein geraten sind eigentlich eine top truppe offensiv stark aber da war halt auch der schlendrian öfter drin und ja bei bielefeld habe ich jetzt nicht verfolgt traurig wenn man natürlich durch wandert ja aber man von der ersten zweiten und dann in die dritte geht schicksal tut mir leid an die fans von bielefeld und hsv habe ich mich schon mal gewandt also stark bleiben stabil bleiben es gibt auch andere zeiten okay fangen wir gleich noch mal an trainer frage wahrscheinlich geht es euch auch so wie mir dass man schon ein go gekriegt hat für par dardai als trainer für die zweite liga also er darf bleiben er macht weiter aber das war immer von den medien das war jetzt noch nicht von hertha definitiv in einem newsletter mit anschließender pk hervorgehoben worden bzw ein datum gesetzt worden dass jeder weiß jetzt geht es darum ja hier wird gefeiert und so alles bleibt dabei er ist noch immer unser trainer wunderbar nein und jetzt weiß ich auch mittlerweile warum par dardai ist zurzeit am ballaton er macht ein bisschen urlaub mit seiner frau monika und dem hund teddy den er ja abgrundtief liebt er hat ja über den hund teddy ja viel geschrieben und das hundebesitzer ja anders denken und fühlen er trägt das gut nach vorne ja ich überlege auch ob ich mir jetzt ein hund kaufe also echt jetzt mal muss sein wenn wenn par das sagt nee aber es ist immer ganz nett wie er darüber redet aber er wartet auch auf das go also er wartet wirklich auf das go er hat da ist nichts unterschrieben kai bernstein ich zitiere wir befinden uns mit parl in guten gesprächen der weg soll weitergehen ja das wissen wir ja im interview mit deutschlandfunk aber wir werden es in den nächsten tagen verkünden noch ist aber nichts unterschrieben leute da ist noch nichts unterschrieben noch nichts ja also es ist quasi intern schon für uns klar aber es sieht so aus wenn die dfl sich dagegen entscheiden sollte und wir doch nicht die lizenz kriegen dann geht es ja und das bedeutet da würde parl nicht mitgehen dann ist er auch nicht unser trainer und deswegen warten wir alle darauf das ist der knackpunkt das ist der knackpunkt erst wenn ja grünes licht von der dfl kommt dann kommt parl zurück dann wird glaube ich erst mal ein jahresvertrag unterschrieben für die zweite liga richtung neu aufstieg wäre natürlich geil und dann geht alles seinen weg und dann können wir auch planen und freuen und ja hier trainingsbeginn und so weiter zweite liga wir kommen ha ha wehen wie sparen wir kicken mal gegen euch und so ja das passiert aber erst wenn die dfl ja sagt und heute 15 30 deswegen ist eigentlich schade dass ich jetzt aber ist halt mittwoch news freunde ich kann sich auf den donnerstag hits machen oder so ja das ist halt so mittwoch news es kann sein dass heute nachmittag schon alle sagen ja und feiern hoffen wir mal ja wenn ich wird sich das alles also ich habe das so im gefühl dass sich das erst am 19 entscheidet dass die dfl jetzt sagt okay wir geben euch noch einen kleinen aufschub aber heute noch nicht fix ist wir müssen dann noch ein bisschen warten ja das ist meine persönliche meinung wir werden es heute abend oder nach 15 30 dann wissen aber kann sein dass sich hertha dann erst nächsten tag meldet ich weiß es nicht lizenztag ja lizenztag nächstes thema 15 30 schon genannt muss der dfl vorgelegt werden wie die zweite saison durchfinanziert ist finanzbausteine wow müssen quasi noch aus dem weg geräumt werden oder besetzt werden und wie man es nennen will ja müssen bestückt werden die bausteine und die der knackpunkt ist dass jetzt die dfl wusste ich euch auch nicht ich kriege auch ein bisschen angst deswegen eine bankbürgschaft haben will über 40 millionen das hat mal wieder die bild raus gehauen stand montag war das und die liegt anscheinend noch nicht vor ja was ist das denn was ist das für ein schräger satz liegt noch nicht vor sollen wir alle ein bisschen angst kriegen ich denke das ist alles noch so ein bisschen medien gelaber ich hoffe zumindest ich hoffe weil angeblich das problem dass diese selbst schulnerische bürgschaft von investor trippel seven die man vielleicht im notfall ran ziehen könnte statt bankbürgschaft die dfl nicht so nice findet wie auch immer wahrscheinlich ist das wieder so 50 plus 1 ding dass man denkt dass der trippel seven dann zu weit und so tief in dem verein drin steckt weil die ja dann die haupt ja machen schafft die den hauptanteil an finanzieller struktur und rückhalt darstellen würden und das ist vielleicht der dfl zu viel die sagen ja dann gehört ja gleich hier der verein trippel seven wenn die ehe hier die ganzen gelder und so ne das ist das problem was ich so aus laie sehe ja also nachfrist haben wir gerade geredet ich hatte 19 sagt vergesst es 21 juni weil ich glaube am 19 so war das tagt diese gruppe von menschen die für diese 40 millionen anleihe zuständig ist ja die die eigener wie so nennen willst da die und die überlegen eben ja können wir das nach hinten schieben zwei jahre und dann ist schick und deswegen will glaube ich die dfl jetzt auch erst mal eine bankbürgschaft haben um abzuwarten ob das kommt weil diese bankbürgschaft kann man ja dann auch wieder klären die kann man bereinigen löschen ja wenn dann die die anteilseigner da sagen ja alles grün hier hertha darf zwei jahre verlängern und so dann ist es schick dann kann die bank auch wieder sagen ja glück gehabt mit hertha das wäre auch gewesen nein aber wisst ihr was ich meine ja also dann ist die dfl ja auch befriedigt damit aber das ist jetzt die frage ich weiß es nicht ist es vielleicht vielleicht sitzen jetzt alle beieinander am großen tisch kloppen sich schon langsam ja die die köpfe rauchen weil es geht ja darum triple seven darf nein oder ja oder nein also im vertrag mit hertha bc triple seven müsste einspringen wenn da geld an nöten an mann an not ist ja also geldnöte bestehen aber das hat ja nichts mit der dfl zu tun die dfl sagt ja ist ja schön dass ihr das miteinander hier kommuniziert aber wir wollen das nicht haben das ist zu viel triple seven im verein freunde wir wollen eine bank bürg schafft und das ist die frage aber wir werden es ja wissen wir werden es ja wissen allzu malen ja eigentlich triple seven wegen bilanziellen gründen das irgendwie auch nicht so geil finden würde aber ich glaube sie müssen reingehen also da ist wirklich ein viel wenn und aber müssen und hoffen leute ich hoffe ja dass es jedenfalls eine einigung gibt denn ein plan b ist gibt es nicht nüchter mit plan b dann noch ein negativs ding es gab ja die nachricht dass hier ein laufender vertrag verlängert wurde mit dem vermarkter sport 5 laut tagesspiegel ist das nicht da das stimmt nicht weil man konnte sich nicht einigen ja es wurde geschrieben 4,5 millionen kriegt hertha aber nö das ist anscheinend doch nicht in trockenen tüchern weil hertha mit dem abschluss nicht zufrieden war und deswegen wurde es erstmal nach hinten geschoben also auch das geld ist erstmal nicht da anscheinend das ist momentan ganz komisch oder man kriegt das keine fixen richtigen nachrichten es ist immer nur so eine vermutung die uns so ein bisschen nerven also mich zumindest ja und ja viel hin und her hickhack blablabli wir werden es ja wissen entweder schon heute mit einem guten der siegesfaust und sagen ja zweite liga wir planen jetzt und können oder dfl hat uns erstmal nach hinten geschoben zum 21 das bis dahin müssen wir noch unseren scheiß klären ja also die zwei varianten ich meine am allerschlimmsten wäre was ich mir nicht nicht vorstellen kann und denke auch dass die das heute irgendwie da hier newsletter ja liebe fans tut uns leid wir müssen leider in die regionalliga nordost nee quatsch das kann ich ich denke ich tippe mal ich tippe mal wie ich vorhin schon gesagt habe dass wir df erst mal sagt ja okay bis zum 21 durfte aber dann muss es auch ja ich glaube so wird es kommen ihr werdet sehen also ich könnte jetzt schon mal hurra und ich könnte schon feiern oder ich könnte auch so hat nicht geklappt also es ist in einrichtung in dieser sendung noch offen aber wir werden sehen und dann dementsprechend reagieren können reagieren können ist auch ich habe einen quarkfrosch quark im hals der quark mich jetzt schon mal zu der muss gespült werden wenn man so am laufenden band hier labert wie ich dann passiert das halt oh gott die handwerker bohrmaschine ist keine katze die maut ist eine bohrmaschine im keller nee unten in der wohnung ja die handwerker die müssen mal fertig werden so spieler gerüchte ja letztes thema hier es ist ja ein hin und her ich habe jetzt wieder so drei spieler mal rausgesucht wo man denkt da könnte vielleicht mehr hinter stecken als dieses ja ich meine gerstbeck ja hier torwart 75 prozent steht da ja okay kst ja kommt denke ich schon aber da ist jetzt auch noch nichts fixe und mit mit die zu bremen denke ich auch wird irgendwie passieren aber auch noch nichts fixe und das tossar weggeht ist auch klar aber das ist alles noch wischi wischi da will ich jetzt nicht drüber reden aber ein bisschen genauer kann man darüber reden was mit zer da passiert denn mit mainz wo es zwischenzeitlich hieß klappt es anscheinend nicht das ist ja sein ausbildungsverein von da aus ist er euch zu schalke gegangen und dann zu uns genau es hängt nämlich an der ablöse und gehaltsvorstellung und das können die null fünfer nicht stemmen entweder sagt man ich gehe mal hier richtig runter mit dem geld und vielleicht kommt dann nochmal ein gespräch am tisch zusammen oder das war es ja die null fünfer können nicht so viel zahlen wie was ich hertha wahrscheinlich brauchen will also serda mainz ist erst mal auf eis gelegt oder auch ganz gestrichen es wurde noch mit glaube ich galatasaray irgendwie der serda in verbindung gebracht ich weiß nicht was da noch ist ob der noch in der rückhand da vielleicht agieren könnte mit den istanbulern keine ahnung aber jedenfalls mit mainz anscheinend nicht rochel hat laut bild gegenüber den verantwortlichen von hertha bc mitgeteilt ja er spielt auch nächste saison 23 24 bei hartha hat er einfach mal so in den orbit gesagt rausgehauen er hat irgendwie bock finde ich ja auch ganz sozial dass er vielleicht auch wieder was gut machen will nee quatsch aber okay vielleicht hat er da seine eigene einstellung zu vielleicht will er auch den verein wieder hochbringen aber das ist ja halt nur soweit interessant wenn sich kein anderer verein meldet sobald geld im spiel ist muss hertha reagieren und auch ihn verkaufen ich bin mir ziemlich sicher aber noch ist da kenner der wirklich sagt rochel den storchenbein mann in der abwehr den wollen wir haben also aber er hat schon mal verkündet findet hertha nice will nicht weg als schon mal hier anders als kenny soweit ich das mitgekriegt habe denn kenny will lieber den fisch machen und er will gerne in die erste bundesliga zurückschwimmen ja mal sehen ob dann verein sich meldet ist auch ein anderes thema wieder war okay das soweit und jetzt noch abschließend zu dodi lukepacchio der dodi ist im gespräch beim frischgebackenen meister belgien roll antwerpen die sogar vielleicht sogar bereit sind ein dickes sümmchen auf den tisch zu legen vielleicht haben die belgier auch kohle es wird über eine ablösesumme zwischen 12 und 15 millionen gesprochen wäre natürlich sehr nice am besten 15 millionen für dodi das würde hertha gut zu gesicht stehen weil wir brauchen ganz viel geld bis daher 15 millionen wäre das schon mal ein richtiger guter schuh der dann reingetreten wird in die leere geldkasse ja nee das soweit zu den drei ja sonst ist noch nichts vermeldet wer wo was wie und so bis jetzt haben wir ja nur rese als zuwachs aus 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 kiel und den christensen aus den mark den jungschen die beiden sind diejenigen die jetzt fix sind das kann hertha schon vermelden aber wer dann noch vielleicht zukommt oder abgeht keine ahnung müssen wir warten vielleicht dann am wochenende ja wenn ich meine wiki infos raus kloppe hoffe ich dass ich erstens auch ganz gute nachrichten habe für euch dass wir zusammen noch mal hier kurz feiern ja dass hier was positives rausgekommen ist hinsichtlich dfl lizenz das wäre super geil ansonsten ja vielleicht dann wieder spieler gerüchte oder sachen die man wirklich schon fix vermelden kann und so weiter und so fort dann wieder am wiki da melde ich mich okay bleibt stabil bis dahin und vor allem bleibt gesund und bleibt sportlich bis dann